Hi Leute, ich bin's, euer Big Frank. Ich wollte nur kurz Hallo sagen und vor allem wollte ich sagen Danke. Danke, dass ihr mir jetzt schon über 150 Abos geschenkt habt. Danke, dass ihr da seid und danke, dass wir das hier alles zusammen erleben können. Danke, 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 ganz, ganz oft Danke und ich habe euch alle lieb. Ich freue mich, dass ich das hier für euch machen kann und man sieht dieses Bildchen albern aus. Aber jetzt geht's los. Ja Leute, hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht's langsam hier in die Vollen. Wir wollen das Gewinnspiel auslosen. Ja, zur Gewinnspielauslosung verwende ich die Seite SuperAntonTools. Ich habe jetzt ein bisschen rum geguckt, die erschienen mir hier am spannendsten. So, ich füge jetzt eure Namen ein. Alle neun Namen, die teilgenommen haben am 100 Abonnenten Dankeschön Gewinnspiel stehen jetzt hier auf der Liste und wir werden jetzt gleich zufällig jemanden auswählen. Oh, ich sehe gerade, Cookie noch akzeptieren die Banner. Ja, Anzeigen werden natürlich geblockt hier. Wir machen keine Werbung für andere. Erstmal danke an die Seite SuperAntonTools für dieses echt nette, coole, kleine Tool hier. Und ja, ich denke, ihr wartet alle. Ihr wartet alle gespannt. Ihr wollt wissen, wer gewinnt und wer gewonnen hat. Ich sag mal, wir machen einen kleinen Countdown. Drei, zwei, eins. Ja, wir haben einen Gewinner. Areal des Effekts. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ich werde jetzt mal nachschauen, was du gerne gewinnen wolltest. Und dann hast du gewonnen. Danke, dass du mir folgst. Danke, dass du mir treu bleibst. Und ich hoffe, ihr alle seid auch beim nächsten Dankeschön Gewinnspiel wieder mit dabei. Ich sage mal, spätestens bei 250 machen wir das noch. Für 500 habe ich ja blöderweise was ziemlich krasses angekündigt, aber okay. Ja, so weit sind wir noch nicht. Wir haben erstmal die Hoffnung, dass die 250 jetzt als nächstes kommen. Ja, wie gesagt, Leute, ganz liebes Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und unser Gewinner wird jetzt gleich per E-Mail oder per Nachricht informiert, dass er gewonnen hat. Wir schauen mal nach. Herzlichen Glückwunsch nochmal dir, Areal des Effekts. Und euch allen Danke fürs Mitmachen und dabei bleiben hier bei Big Frank Gaming. Nochmal ganz lieben Dank an euch alle. Ja, ihr seid wirklich die beste Community und wirklich, ich habe euch alle lieb. Ich bin einfach nur dankbar dafür, dass ihr so mit dabei seid. Ja, okay für euch. Ja, ich hoffe, ihr bleibt mir noch lange, lange treu und wir können noch viel zusammen machen. Nicht nur RPG Maker, sondern auch ganz viele andere Sachen. Aber an der Stelle sage ich mal Bye, bye. Herzlichen Glückwunsch an Areal des Effekts und viel Spaß euch allen weiterhin auf meinem Kanal und mit den neuen Videos, die jetzt kommen werden, spätestens im kommenden Jahr. Bis dann.